Hallo und herzlich willkommen bei The Last Story, danke, dass ihr wieder mal eingestellt habt und ja, wir sind auf dem Weg, äh, zu dem, äh, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Hören wir zu der nächsten Mission. Warte mal, jetzt noch ein paar Wann haben wir? Therios, Therios, genau. Wir sind bereit. Gut, dann gehen wir direkt los. Was ist das, was schlägt? Fehl? Ist das die Gorak? Laszulis, Laszulis. Die Gäste, wie eine dunkle und ominöse Klaude, die Gorak vorbereitet, um zur Krieg zu gehen. Obwohl wir uns bemerkt, dass etwas so schnell wie Laszulis Islande gehen könnte, sie wurden nicht von ihrem Ziel verletzt. Kurset und Funnel Gorak! Es ist gefährlich hier. Wir müssen den Kount irgendwo sicher nehmen. Zale und die anderen verletzten mit dem Kount, während sie sich gegen den vorliegenden Gorak zu schützen. Tja, und jetzt geht es direkt los mit Action, geht es aussehen. Ich gehe voraus und ich bin der Erste, der vorliegt. Ich bin auch ein kleiner... Mein Kastel. Du darfst hier eine zweite Mal kommen? Ich werde euch alle verletzen, Dan. Sie schützen die Kount! Ja, Sir! Immer auflaufen. Ich bin der Name der... ... blöde Savages, wie ich dir sage. Kount, bitte bleibst du ab. Oh. Jetzt haut er auf. Boah, es ist echt am... ...blecken. Jetzt muss ich an der Wand hoch und jetzt schmettern wir schon den Luft allein. Wir haben also keinen Hypers mehr outgezahlt. Oh, das ist unser Hypers. Sollte ich mal vielleicht mal hinjumpen. So, so, unsere Leute sind wir da mal... ... die Ersten liegen schon am Boden. Das ist nicht gut. Ich glaube, der Move, der bringt ja richtig viel. Oh, 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 verflixt nochmal. Die machen aber einen Damage-Turl, das ist nicht... ... nix von schlechten Eltern. Noch mal ne Wand hoch und... Lauf! Dann geht er mit der Wand hoch. Dann macht's einfach nicht. Ach so, ich hab's ja immer noch an mich organisiert. Das war ganz dumm. Oh, da hinten ist Energie. Da sollte ich mal... ... fixen. Dann steht er hier so durch rum. Das wird ihm nicht mehr. Ach so. Ich muss ja nur mal schauen, wie ich am besten... ... wie das nochmal ging mit dem... ... den Leute anreißen. Verlass sie machen. Das soll aber nicht mehr Techniker uffnen. Ich muss ja mal gucken, dass ich das mit dem Block geschossen krieg. ... ... ... ... ... ... ... Wow! Boah, jetzt sind aber so viele Gegner, dass das jetzt auf jeden Fall... ... den FPS am Längen ist. Aber... ... ... nicht gerade wenig. Wow! 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 umzingelt, ich gebe euch umzingelt wieder zack, einmal down kämpfen die auch oder muss ich die jetzt befähigen scheint mir fast so, als würde ich die befähigen wie war das, die Linus muss ich nochmal wie befehle ich die denn ich muss auch jedes Mal hin, das ist so viel was man hier machen kann, warte, mein Fesseln, Ausfall, Sturm, Kommando Modus, genau nach oben habe ich das nicht gemacht ich habe es versucht, aber irgendwie anscheinend hat er das nicht erkannt ich versuche es da gleich ich muss mich eh umgewinnen ich habe jetzt 30 Parts lang mit einem Nunchuck und Remote gezockt jetzt zocke ich mit dem Controller es ist ein Unterschied, also das ist schon oh, ich glaube jetzt kommt es liegt ja, kommt es ja, ich sollte in der Lage sein, das soll mir egal sein ich finde die Wand hier hoch da komme ich nicht es geht, ja, der eine ist schon da ah, Element, die waren Elementen schon, weil ich dicht bin da sind wahrscheinlich Schatten oder wow, 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 wow shit, ich bin die auch down muss ich aufpassen so, du musst, achso, jetzt bin ich ja holen kann man, warte mal, jetzt muss ich gucken ich muss mal Taurus urteilen oh, einen Aufzug weg, ne? oh, der kriegt vielleicht Taurus urteile wow, übersichtlich, ne? Boah ey, die machen einen Damage So war das SP jetzt da Ich weiß das alles nicht mehr Das ist mir zu hoch Okay, wir müssen Okay, dann versuchen wir uns mal jetzt um den Um die Kanone zu kümmern Wo sind die ganzen anderen Krieger detailliert? Ja, noch ein paar mehr hier Tja, da wollten wir die Grug überraschen Und jetzt überraschen sie uns ein bisschen, würde ich mal sagen, oder? Oh, oh, oh Hä? Achso, ich bin zurückgegangen Wozu ist denn die SP-Leiste jetzt? Ich muss gucken, wofür die SP-Leiste ist Kann ich dafür ins Interface schauen? Gibt es also hier so ein Interface mehr? Gibt es nicht Scheidung, Technik, Kampf Oh, ich dachte, hier habe ich hier vielleicht den Konter, aber der ist hier nicht drin Heißt, der ist bei da Äh, drücken sie in einem genauen Moment Feindangreifen Okay, ja Das ist beschleunigend Spezialleiste ist doch dann wahrscheinlich die unten, die Leiste Technik beschleunigend verdoppelt die Geschwindigkeit seiner Angriffe Wirbel beschleunigend Ja, okay Das ist dann wahrscheinlich diese, dieses Ding, was da oben voll ist Sozial Leiste Was war denn jetzt die Kanone? Ich glaube, ich bin recht schwach jetzt, da wo ich jetzt schon bin Und von der Energie Gucken wir mal Oh, der ist ein Ah, ne, ist einer von uns Oh Oh, ich muss mal schauen, dass ich Was ist das jetzt schon? Warte, mach jetzt Jetzt werde ich beschleunigen Er macht Erholen Verholen. Okay, schon hier. Was verschwindet jetzt von welcher Leistung? Okay, wie geht es? Super Siljen oder was? Boah, what the fuck? Ist das schnell. Ah ja, gute EP-Leistung ist wirklich gleich wieder. Boah, das ist ein riesen Team hier, weil ich habe unter neun vier Ticken, aber die sterben hier alle. Er ging, um den Turret zu kontrollieren. Warum so ein Rieschen? Die Koffein ist von vorher. Okay, das müssen wir jetzt machen. Boah, was? Da gehen sie alle dauernd so bekloppt. Ich hätte das beschleunige Flanke einsetzen sollen. Boah, Alter, guck ich das mal an. So. Oh, Junge, 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 Junge. Geh doch die Wand hoch! Oh, die hat die Wand hier nicht hoch. What the fuck? Was ist mit ihm nicht in Ordnung? Boah, so. Jetzt gehen sie eh auf dem Team. Jetzt haben wir das, glaube ich, überlegt. Nein, 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 nein. Oh, Mann. Ich werde den Weg und verbrechen ihre Strecke. Zale, buchst du ihn, der Gäufe ist sicher. Oh Mann. 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 Boah, Mann, er haut aber schon fix drauf, muss man ja sagen. So. So, dann haben wir es ausgeschlossen gekriegt. Okay, protect the general. Take care, Tharius.